so einen wunderschönen guten morgen freunde wir machen uns jetzt auf dem weg nach nürnberg ich hätte mich dort mit mir und noch sechs treffen wir werden bei mir abends gehen wir wahrscheinlich noch mal ruftop oder machen irgendwie sowas in der art und am abend kommt da noch ginger mit dazu ich muss jetzt aber erst mal zwei stunden fahren deswegen würde ich sagen wir machen los freunde so freunde da hat erraten welcher vollidiot vergessen hat zu tanken ja ich bin es euch in eine stunde gefahren darf jetzt hier erst mal natürlich tanken gehen weil ja toterhose das schmeckt so nicht gut das schmeckt so cool so wie ich will du bist mir nicht sauer egal wer hat ich war ey das ist rein spaß macht das bitte nicht zu hause nach fix ups warum ist da die kamera drin hey das ist so schön wir machen jetzt hier eine gute malibu spritte alles natürlich alkoholfrei weil wir unterstützen keinen alkohol das ist krass oder ich kann das nicht uploaden wir haben erfahren dass lara aufkommt auf jeden fall ist gleich 19 uhr ich versuche hier wirklich zu arbeiten was die gesellschaft hier gibt oder was du selbst in dir sieht rote schuhe ausschmissen so fünfmal aber ja mach man ich war als rassi doch die andere löser könnten wir auch ja alles klar was für mich eigentlich ich habe vorhin schon im blog gesagt dass ich kein alkohol trinke hallo wir waren jetzt schnaftig was essen das wird alles das wird alles absolut nicht im blog landen ey myron wirklich du musst jetzt irgendwas machen für den blog irgendwas cooles digga ich schwöre hallo mein name ist nur und das hier ist mein zwölfter vielleicht hallo hallo ich habe für mich war das okay jetzt kommt mal oder sowas ja die müssen bewerten was mache ich hier bitte dislike das video hallo heute habe ich ein neues setup für euch ich hätte einen musikwunsch ja es ist jetzt 9 uhr morgens wir haben sechs stunden geschlafen ist aber auch schon seit um 8 war gestern abend mit mo telefoniert weil wir nachher unsere costume machen den holen wir jetzt ab wenn ihr für satten kein paper nutzen können macht euch bitte gar kein stress wirklich der bruder hat einfach ein kartenlesegerät hier dieses brachtexemplar wow und meyeron ist auch endlich mal gespawnt auch gespawnt ich bin es ich gehe es ist nicht traurig aber ich muss das muss gut sein ja ich werde vielleicht das noch von mir das ist geil mein guter das war mir eine ehre ebenfalls wie es schon mal ist aber aus mit fünf millionen euro kamera oder so freunde wir sind live man chat ihr müsst jetzt ganz gut irgendwas sagen digga ich war einfach ganz kurz irgendwas rein grüß der zeit oder so ist das krank nico legt eier das ist krank ich grüße jan ich deutsche kartoffeln bin jetzt zwei teuge bei myron es läuft hier so ein beat digga also freunde eigentlich soll jetzt ein cut kommen wo ich daheim bin langsam zuhause ankomme und meine sachen packen und das übliche halt aber woher gehen wir jetzt wirklich in die rooftop bar wo wir gestern hingehen wollten die leider überfüllt war wir versuchen jetzt nochmal unser glück das ist für noah nur auf freestyle check die tun nichts für myron digga wir sind heute zu zweit ganz wichtig zu wissen nur ist nicht dabei wie kann man so am arsch sein denn dieser arme moa er muss morgen arbeiten ich bin ja du hast dich nie da heute sogar ohne diese nika eh das krank dir ja jetzt kommen wir in den vierzehn stock nummer du 14 Freunde, ich hab's euch gesagt Der Traum, wo der war, kommt in die WhatsApp-Gruppe Wir sind jetzt im Rooftop Das ist krank Auf uns! Auf euch! No, mein Lieber Du bist leider nicht da, aber we made it, Bro Nein, ich will keinen Fitner machen Aber wirklich, Rooftop ist 10 von 10 Aber es ist Mad warm Es ist jetzt 11 Uhr Sonntag Es sind irgendwie noch 25 Grad gefühlt Morgen werden es 34 Grad Ich weiß nicht, wer Deutschland verarscht hat Es ist mad, mad, warm Aber es wird langsam angenehm Morgen musst du 2 Stunden nach Hause fahren Morgen hoffentlich wirklich Freunde, kurzes Update Wir sind jetzt bei Drink Nummer 2 Myron und ich Genießen die Aussicht Und das Leben, I guess So Freunde, der Tag der Abreise ist gekommen Heute wirklich tatsächlich Mach alle meine Zeit Mein Lieber Wir brauchen das Typebeat so für den Vlog Weißt du? Habe ich mir besser vorgestellt, aber so ist das halt sometimes Das war eine schöne Zeit So Freunde, wir sind jetzt losgefahren Ich fahre gerade nicht Auto, das ist alles Green Screen So Freunde, passt auf, wir sind jetzt schon 10 Minuten gefahren Aber ich brauchte noch ein paar Essentials für die Fahrt Und zwar 2x Eiskaffee, ganz wichtig Denn wir fahren ja auch 2 Stunden mit dem Auto Passt auf, jetzt zeig ich euch noch was geil ist Digga, Winterräder it in Digga, frag nicht, es ist fucking August Ich hab noch Winterräder drauf, Bro Alright Freunde, das ist jetzt quasi der erste Test mit dem Mic Ich hoffe das funktioniert Wenn nicht, ist die ganze Aufnahme umsonst Ich wollte mal ganz kurz was sagen So, ich bin jetzt fast wieder daheim Ich glaube so in 20 Minuten circa sollte ich daheim sein Man, das war das erste Mal, dass ich so irgendwie Wirklich aktiv mitgevloggt habe Ich bin echt gespannt Gleich wenn ich daheim bin Dass ich das alles, ne, alles schneiden und so Und ich weiß gar nicht mehr was Ich hab alles gefilmt oder irgendwas nicht Und ich bin einfach in 8 Tagen Das ist Gamescom Nehme ich die Kamera wieder mit Und dasselbe passiert einfach nochmal Einfach so 8 Tage später Das ist so crazy Schreibt mir gerade mal in die Kommentare Ob ihr mehr so eine Art von den Vlogs haben wollt Irgendwie was ganz anderes Ich bin auch mehr gespannt, wie das Video ankommt Alright Freunde Ich mach mich auf den Weg nach Hause Vielleicht mach ich heute Abend sogar gleich noch einen Stream an Ich hab ja gestern von Myrons als Setup ausgestreamt Das war auch richtig, richtig geil Realtalk Danke fürs Zuhören zu schauen Wir hören uns Oder sehen uns im Stream oder so Wir schauen uns im Stream Ich versuche euch zu sehen